ARD Text im Auftrag von Funk Guten Tag liebe Leute, das ist ein kleines Update Movie Hallo Einzelhändler, geh mal bitte weg Update Movie für alle Atlantica Fans oder sowas Ich hab mein Bunny Set komplett bekommen Und echt genial Und wir haben uns jetzt nochmal 10 Chattullen Der Sherry Was? Sherry Rasade Gegönnt Und da können natürlich ein Mount rauskommen Und wir werden jetzt einfach mal zusammen Das öffnen Okay, kriegen wir wieder eine dazu Noch eine Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück Riesenkristalle, okay Ist nicht schlecht Ah, kriegen wir nochmal 2, haben wir wieder 11 Ah, Buch des Vergessen Schriftrolle der Entscheidung Ah, doch nicht so gut Einfrieren Ah, die Gelle Vielleicht haben wir ja mal Glück Fünniskristall, gibt auch wieder ein paar Millionen Vergessen Das interessiert mich nicht Das interessiert mich nicht Sehen wir wieder 2 Oh Reiz hier Schatulle Oh Gott Leute Werden wir mal gucken Was wir da wirklich In dieser Schatulle haben Wir werden es jetzt mal öffnen Oh, bitte Komm, was Gutes Was Gutes Was Gutes Oh, ein Hüllenpferd Ach, gut Ist jetzt auch nicht so besonders Aber Ach, Mist Ah, ist egal Haben wir erstmal einen Mount Ja, ein Hüllenpferd Auch nicht schlecht Gucken wir mal weiter Vielleicht kriegen wir ja noch was Vielleicht haben wir ja nochmal Glück Oder sowas So, uraltes Fertigkeitsbuch Okay Uraltes Fertigkeitsbuch Nochmal Phoenixkristall So, ein Item wurde auch noch verkauft Sehr schön So, haben wir noch einmal Werden wir mal gucken Vielleicht kriegen wir ja nochmal sowas Ich denke nicht Nein, haben wir nicht Gut, okay Haben wir äh Mindestens jetzt ein Hüllenpferd Ist nicht schlecht Hat äh Gucken wir nochmal Was das für Starts hat Ja, Verteidigung Verteidigungskraft 2000 Vitalität 100 Steigerung Bewegungstempo 15% Ist doch mal super Hat sich doch mal gelohnt Mal wieder Und ja Bis zum nächsten Update Euer Zuhaken Tschüssi